liebe lego freunde hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute ist es endlich soweit das neue set der lego star wars masterbilder series wird vorgestellt unter der nummer 75 290 erscheint das set mos eisley cantina zu einem preis von 349 euro 99 enthalten sind insgesamt 3.187 steine inklusive 21 minifiguren auf der verpackung steht zwar das 18 plus logo sticker sind im set leider dennoch enthalten das set wird wohl bereits am 16 september für lego vips in den verkauf gehen und dann am ersten oktober für alle erscheinen allerdings zuerst einmal nur exklusiv bei lego neben der aufklappbaren cantina befindet sich im set außerdem zwei feuchtigkeitsevaporatoren das sind diese weißen teile mit denen auf tätowien das wasser aus der luft gesammelt wird außerdem haben wir einen dewback also einen taurücken das sind diese großen grünen echsen auf denen die sand trooper geritten sind und für alle landspeeder freunde gibt es auch noch was diesmal leider keine neue auflage von luke's landspeeder sondern das erste mal dabei ein v35 kurier landspeeder der jede menge sticker hat und des weiteren eine neue auflage dessen 9000 z001 landspeeders das ist diese weiße kugel die gab es 2018 auch schon mal und wenn wir in den hinteren bereich schauen sehen wir da gibt es sogar noch einen kleinen häuserzug mit einer eingangstür und einem ladenfenster ich denke das soll die szene darstellen wo c3po und r2 auf der flucht vor den sand trooper sind und sich dann dort in diesem häuser eingang verstecken schauen wir uns kurz die cantina an die lässt sich an zwei scharnieren aufklappen und gibt dann den blick auf die doch detaillierte bar und die sechs separees frei dann werfen wir noch einen blick auf die minifiguren 21 sind ja enthalten für viele ist das sicher auch wieder ein highlight als erstes haben wir hier leider relativ unspektakulär luke im tatooine outfit obi-wan ben kenobi und r2 d2 und c3po wer hier auf exklusive drucke gehofft hatte wird leider genauso enttäuscht wie beim nächsten bild da haben wir han solo chewbacca der übrigens das erste mal in einer cantina dabei ist und grido auch hier gibt es nichts neues keine armbedruckung keine seitliche beiden bedruckung gar nichts dann geht es weiter mit der cantina band das wird viele sicherlich auch freuen leider sind nur drei von den musikern enthalten eigentlich müssten das ja mehr sein und auch hier werden die figuren aus dem jahre 2014 wieder recycelt also auch hier nichts neues aber immerhin gut wenn man die alten schon hatte kann man jetzt hier problemlos ergänzen dann haben wir den barmann woher zwei sandtrooper einen normalen und einen truppführer und einen java naja zumindest bei den sandtroopern hat sich was getan die haben jetzt nämlich einen neuen rucksack bekommen beziehungsweise setzt er sich einfach nur aus anderen teilen zusammen als die die man bisher dafür verwendete als nächstes sind im set ponda baba und dr cornelius everson enthalten das kultige schurken duo aus der cantina szene das dann auch einen kurzen auftritt in rogue one hatte auch hier sind die beine leider wieder nicht bedruckt und als letztes fünf weitere vollkommen neue charaktere als erstes haben wir den devaronianer kardue sai malok oder schlicht den teufelmann außerdem den itorianer moma nadon den saurinischen druidenhändler ritschek kalfars die chatra fahren kabel und zu guter letzt den imperialen spion garindan von der spezies kubatz die gefällt mir eigentlich alle recht gut und zumindest der itorianer hat ja sogar eine beinbedruckung auf den beinen und füßen nichtsdestotrotz habe ich irgendwie das gefühl dass das budget für die figuren hauptsächlich für die köpfe der neuen aliens draufgegangen ist leider heben sich die figuren nicht von denen aus einem normalen 20 euro spiel setup klar man kann jetzt sagen dass die outfits der cantina besucher auch im film ziemlich schlicht waren und man da nicht wirklich unglaublich viele details darstellen kann aber so wirken die figuren einfach nicht besonders genug wie ich finde ich meine selbst in der harry potters sammelfiguren serie haben einige figuren bedruckte beine sowohl vorne als auch an den seiten und dann noch mal auf den schuhen und da kostet eine figur vier euro insgesamt bin ich von den figuren also etwas enttäuscht auch wenn es natürlich toll ist dass wir hier so viele neue aliens bekommen was haltet ihr denn von der cantina seid ihr von den ersten bildern eher ernüchtert oder immer noch gehypt lasst es mich gerne unter dem video wissen auf jeden fall wird es zeitnah ein review zu dem set geben ich hoffe dass ich das dann bis zum 17 september schaffe am 16 am tag des releases machen wir dann aber schon mal ein livestream wo ich das set gemeinsam mit euch aufbauen werde wenn ihr das nicht verpassen wollt einfach den kanal abonnieren außerdem mal unseren telegram newsletter auschecken und auch unsere instagram kanäle sind immer ein blick wert das alles ist natürlich wie immer unten in der video beschreibung verlinkt jetzt bedanke ich mich erst mal recht herzlich fürs zu sehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss so da ja 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 Bis zum nächsten Mal.